Ich empfehle dir, dass du dieses Spezimien hervorstellst. Oh. Was ist das denn? Äh. Alter, gib mir das Atemgerät. Und jetzt den Becher. Wo seid ihr jetzt? Hä? Viecher. Komm her. Komm her. Was waren sie? Ja. Rein. Okay. Öl rein. So. Okay. Was hatten wir noch an Öl? Was ist denn das da? Obwohl, ich will jetzt erst mal noch was anderes machen. Und zwar kommt da wieder das Schießgewehr hin. Von dem wir ja nicht mehr so furchtbar viel Munition haben. Müssten wir noch mal bauen. Aber wir machen das Ding da weg. Ich hinterlasse den doch nur. Naja gut, da war ich schon mal besser. Na, war aber auch schon viel, viel schlechter. Jetzt haben wir noch eins. Ne, das ist noch die... Die, ähm... Oh. Was haben wir da hinten? Okay. Es wird Zeit, dass hier Industrie hin kommt, ne? Aber irgendwas leuchtet da. Wenn es leuchtet... Wenn es leuchtet... Oh, das ist... Mh, das ist gut. Aber... Oh. Das ist nicht gut. Das ist ein großer. Das sind zwei große. Das ist echt ekelhaft. Oh. Alter. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Oh, lecker. Ich weiß halt nicht. Kann der zu mir? Jawohl. Ich hab ihn. Oh. Alter. Was ist denn da passiert? Der hat wahrscheinlich auch nur ein einziges... Es ist egal. Er ist tot. Da sind nicht mehr viele. Das ist doch ein kleiner. Willst du mich verarschen? Noch ein kleiner. Komm her. Jetzt lohnt sich ja auch. Das atmen wieder. Und wir speichern. Wie war das? Ja. Auch einfach speichern. Ja. Okay. Weil jetzt kommt ja noch das andere Ding. Lad doch gefälligst nach. Äh. Ist das nur einer? Ja. Dafür, dass es sich wahrscheinlich nicht lohnt. Das war jetzt echt geschickte Kriegsführung. Das war jetzt echt geschickte Kriegsführung. Ich seh. Ich seh. Ernsthaft? Was? So. Jetzt reicht's. Ich will wissen, was da drin ist. Oh. Da braucht nichts. Und dafür sind aber hier, und das ist total geil, 21 Computer. Na gut, Kabel 98 ist nicht so interessant. Die verstärkten Platten sind super. Wir haben zwei Festplatten. Ich glaube, wir gehen heim. Das war auf dem schönen Weg. Wir haben Festplatten für alternative Rezepte. Das ist total geil. Da haben wir uns noch viel zu wenig drum gekümmert. Wir wissen, dass da manchenweise Öl ist. Zwei Festplatten, ein paar Schnecken. Und der Weg war nicht so lang, wie er jetzt rüberkam. Er ist vielleicht auch nicht ganz so... ...ungefährlich, wie ich jetzt vielleicht tue. Aber... Es müsste jetzt eher, als würde da irgendwas anderes noch gehen. Aber egal. Wir müssen einfach nur... Warte mal, ich muss zum Katerium-Herz. Erz. Das ist die Richtung. Okay. Dann müssen wir hier rüber. Genau. Ja. Ja, ist egal. Hier müssen wir rüber. Ich weiß, wo ich bin. Und ich habe ein bisschen was erreicht. Ja, das da ist jetzt egal. Das sieht aber aus, als wäre das schon wieder. Ne, das ist kein Wrack. Ja, ein bisschen buggy ist es noch. Das ist ein Wrack. Waren wir an dem? Aber wenn da ein Wrack sitzt, dann ist ja da auch mehr. Ja. Waren wir an dieses Wrack? So. Und wir müssen atmen. Und wir brauchen den Becher. Hier gibt auch wieder mengenweise Zeug dabei. Natürlich nie das, was wir brauchen. Aber auch schon allein wegen den... Oh. Ne, ich wollte sagen, das ist Nummer 3. Das waren 3. 12 schwere Rahmen, ja sicher. Der Schrauben brauchen wir hier jetzt nicht so. Ach komm. Klar. Ne, echt. Nichts. Nichts. So, okay. Nochmal, wo ist das Kraterium? Da. Genau. Dann müssen wir da lang. Also, die Ausbeute war echt geil. Ach Leute, nicht ihr nochmal. Kommen wir an denen irgendwie vorbei. Ich hab jetzt keine Lust auf euch. Ich kann hier nochmal nachladen. Nachladen. Das ist ein kleiner. Trotzdem. Ach, sie mögen mich. Hörst du mal auf. Gibt mir das Atemding. Das Problem ist, wenn die einen Eimer gesehen haben. Wohlt der mich aus der Luft, die Sau. Sag mal, was spielst du mit mir für ein Spiel? Hey. Das war jetzt nicht so klug, hä? So. Ähm. Frage ist, wo ist mein Weg? Das ist der hier. Da sind wir hergekommen. Und das war knapp. Das heißt, wir müssen wieder uns auf unseren schönen alten Becher verlassen. So. Aber wir gehen jetzt meinen Weg nach Hause. Oh ja. Oh ja. Der Weg, so wie er sein sollte. So. Quarz kann man immer brauchen. Jetzt kann sich natürlich seit dem Update eine Menge getan haben. Und das stimmt gar nicht mehr. Gut. Wir haben da zum Glück immer den guten Hinweis, wo es lang geht. Wow. Das ist jetzt nicht gut. Ja, komm. Wir fliehen einfach. Wir haben die Schnecke. Mehr brauchen wir nicht. Und jetzt gehen wir weg. So. Ja, die Viecher habe ich vergessen. Als ich das Ganze gemacht habe, war ja... Alles schon bereinigt hier. Aber hier ist jetzt nochmal ganz viel von dem Zeugs. So. Wir müssen trotzdem hier lang. Das ist ganz falsch. So. Die haben wir aber abgehängt. Gut. Ähm, wo ist denn jetzt? Da lang. Gut. Wie Peryllium ist. Oh nein. Ah doch. Großer? Ne, kleiner. Ein kleiner? Äh, großer. Großen kann ich nicht. Und da lang müssen wir. Das sind zwei kleine. Ich bin immer noch nicht so richtig gut da drin. Aber das macht nichts. Okay, noch zwei kleine. Kommt her. Irgendwann hat man den Dreh so ein bisschen raus. Ich gehe jetzt den mir altbekannten Weg, den ich schon so oft später auch mit dem Zug gefahren bin. Wie weit ist denn der Hub jetzt weg? Das ist das Ding, was wir uns geholt haben, ne? Und da sind wir auch in gewisser Hinsicht falsch abgebogen. So, und dieser Wasserfall geht, glaube ich, ins Bodenlose gar nichts. Ja, das ist die, die... Ja. Ich hab ne Idee. Farbe auswählen und... Willweg. Einfach nur, dass wir als nächstes mal nicht falsch abbiegen. Weil es ist so wunderschön. Man muss nichts überwinden und so. Das ist ein ganz gerader Weg für Fließbänder oder so ne, ne? So ne Röhre. Weil ich meine, inzwischen ist es ja so, dass ich mehr mein Inventar... Ach, da waren wir auch, ne? Das war dieser... Ja. Brauchen wir nicht. Nein.